Also, wir haben jetzt diese Schablone dran und jetzt geht es darum, dass wir mit der Farbe da reinkommen. Darf ich das bei dir machen, Birgit, oder wolltest du alles selbst machen? Du wolltest es selbst machen, ne? Du kannst es bei mir anfangen, wenn du es nicht möchtest. Du sollst es bei ihr machen, du musst es anfangen, ne? Mach ruhig, das ist okay. Gut, dann, erstens ist es natürlich wichtig, dass wir das alles gut treffen. Ihr merkt ja alles, wie ich das mache. Ich mache die Hälfte, die andere Hälfte machst du dann. Perfekt. Okay. So, jetzt drücke ich hier natürlich. Es kann sein, dass einiges zu groß zu klein wird, aber das können wir nochmal alles korrigieren. Hallo. Bis zum nächsten Mal. 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 Wir waren heute nicht so viele wie sonst. Manche Leute haben Angst gehabt. Ja, wir haben genug Abstand hier. Malen ist gut für die Seele. Wir sind glücklich. Wir sind glücklich. Wir kommen jetzt langsam zu Ende. Und die Ergebnisse sind sehr, sehr, sehr interessant. Wir hatten Spaß. Wir hatten Spaß. Wir haben Bier getrunken. Wir hatten nicht Corona-Bier, wir hatten Jeva. Und wir hatten sehr viel Spaß zusammen. Wir haben endlich, 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 das ist das Wichtigste, Leute. Endlich haben wir vergessen, was um uns herum passiert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.